hallo ist der martin von meinem ankees dass die dax handlöse finden freundern 23 8 2024 und das war nix dax das war ja gar nichts habe mich so gefreut und allen so schön den donnerstag angepriesen mit all den schönen sachen die den donnerstag so zu bieten hat nix davon gekommen wir haben oben drüber gesprochen über die 5 80 600 die wichtig war nicht gekommen wir haben drüber gesprochen was passiert wenn er durch rennt wir haben darüber gesprochen was passiert wenn abbreite ja gar nicht bis rangekommen der idiot vorher gedreht hier bis 11 30 sei ganz gut aus oder sagen wir vor 20 wenn sich oben eingedreht 55 so eigentlich links nix ja eingedreht und zurückgelaufen so negativ szenario gab es von da oben so nicht sieht man auch ist dann auch nichts draus geworden hätte von beginn an runde gemusst dann wäre 270 und wieder hoch hätte auch sein eingeben das ist das ist ja einmal daumen nach unten das ist keine von den varianten gewesen die mir vorgestellt haben passiert auch nicht oft aber komfort heißt für uns was machen mal mit dem tag wir haben rein auf technischer ebene ein höheres hoch stehen wir sind höher gekommen am neues hoch gerissen und am höheres tief stehen wir haben auf den auf der abwärtsbewegung ein sehr deutliches abflachen und können damit eigentlich die gleiche lauer wie vorgestern abziehen nämlich dass wir hier gemacht haben ist an sich eigentlich rücklauf fertig ich meine wir hatten sogar im premium dienst drüber gesprochen ja es ist vielleicht runde zu aufschwingen und vielleicht die 4 20 antippt zum auftreten hätte auch mal gemacht dann hätte vielleicht mehr schwung gehabt denn er wäre um die 30 punkte raus gekommen aber selbst das hat er nicht hinkriegt also es war ein bisschen unzufriedenstellender tag aber gut ist nun so ja einmal hatte ich vielleicht ein bisschen zu hohe erwartung an ihn mich zu sehr darauf erfreut keine ahnung wichtig ist höheres hoch hatte gesetzt aufwärts trendworte bestätigt aufwärts trendworte gehalten abwärts bewegung runter hat abgeflacht die höheres tief gesetzt sofern es dann dabei bleibt muss noch nicht fertig sein die bewegung lässt ihm aber eben den raum nach oben offen wie das jetzt hier am für den mittwoch schon so war erinnert euch an den ablaufmarken abgearbeitet das hat er jetzt hier nicht steht auch hier jetzt irgendwo mitten in der landschaft aber er ist auch oben mitten in der landschaft gedreht und von daher stünde es ihm jetzt zu zum freitag das gleiche zu machen wie er zum mittwoch gemacht hat nämlich sich einfach wieder aufzudrehen und dann im weiter hoch zu stellen und dann das wäre natürlich mega das wäre richtig frech tagesschluss oben auf die linie a5 80 600 die magische linie die linie von der mal gestern noch gesagt haben die kann nach unten richtig knallen da also die linie weiter vom letzten mal da halt bis hier runter weg verbrügelt wurde das sind einfach mal fast 1700 punkte gewesen ja die er hier von der linie schon mal nach unten weggeklatscht hat wenn er sich da per tagesschluss ran stellt wissen viele natürlich überhaupt nicht was sollen sie jetzt da übers wochenende mitnehmen wäre eine schöne verunsicherung würde gut reinpassen würde unserem dax stehen deswegen würde ich einfach wenn er am freitag oberhalb und da können wir hier ähnlich wie das am mittwoch oder für den mittwoch gemacht haben können wir die die letzte stundenkehr zu nehmen und sagen wenn er über 470 geht wo haben wir nicht auch darüber 470 gesprochen ach nee da war es 370 ja 370 jetzt ist die 470 wenn über 470 geht hat er das zeug hier einfach ohne probleme wieder hoch zu drehen ans hoch und eben auch drüber zu gehen um den um die abwärts randlinie anzulaufen die liegt immer noch bei 580 600 die bedeutung zu der linie ist komplett gleich geblieben ja das heißt sie hat nach immerhin die möglichkeit nach unten zu reagieren ich denke allerdings eher dass er eben diesen ausbruch oben macht das haben wir gestern ausgiebig hergeleitet mit fehler ausbruch unten deswegen fehler ausbruch oben da das fasse ich jetzt einfach kurz jetzt die zwei varianten gibt es entweder stößt sich von der linie deutlicher ab dann wäre das ja auch als wahrscheinlich dann bärische verkeilung zu werten wenn es nicht wirklich an der linie abstößt geht aber durch macht sich oben komplett frei 18 700 18 800 da ist locker luft genug luft um in fehler ausbruch richtig in szenen zu setzen und wichtigste marke bleibt aufdrehen triggermarke 470 drüber positiv okay das haben wir unten was wäre wenn er weiter fällt schwierig ich würde sagen 420 bleibt support kann uns gut hochdrehen 420 400 sollte der support nicht gehalten werden und unser dax am freitag drunter schrubbeln würde ich ihm aus der bewegung eigentlich nicht ehrlich gesagt viel zutrauen sondern eher so dass er wirklich hier runter sticht früh und sich dann doch wieder hochdreht über die 470 sollte aber trotzdem schwäche zeigen sich auch deutlich nach hinten raus zeitlich einfach nicht erholen einfach nicht aufdrehen so ein bisschen wie das jetzt am donnerstag nachmittag der fall einfach so weg tröppeln bleibt die option natürlich auf 290 270 zurückzufallen bestehen würde allerdings in der konsequenz uns dann für den montag ein deutlich schwächeres bild reinbringen ja er müsste dann schon versuchen den wochenschutz wieder über die 335 zu ziehen dann können wir es als seitwärts woche abstimmen so wie sie auch angekündigt war ja ja aber alles was da drunter so per wochenschutz reingeht könnte als umkehrsignal verstanden werden und das würde uns dann noch mal druck bringen in der folge woche bis in die 17.900 runter durchaus am montag dienstag schon erreichbar wenn er sich hier blöd parkt ja wichtig ist aber dafür muss 4 420 400 fallen gelassen werden und dann könnte ich mir vorstellen dass wir so 270 290 anlaufen und dann wäre es noch wichtig wo zieht an tages schluss sind ja wenn er in 20 uhr noch mal richtig nach oben durch powert mir ist hier wichtig wirklich der 22 uhr schlusskurs ich gebe nicht viel auf die 17 30 große das interessiert mich wirklich wenig da ist mir viel zu viel felsignal qualität drin oder felsignal dichter drin dass da gucke ich nicht drauf mir sind die 22 uhr kurse wichtig um den amerikanischen handel eben hier noch mit einzubeziehen ja das ist es das ist die erwartungshaltung einschätzung und und ja lasst mir so stehen wünsche euch einen erfolgreichen freitag und schon mal ein schönes wochenende dann macht's hübsch bis sonntag tschüss ya ja war was we haben es fi das es bra es